Lektion 118 Zur Wiederholung am Morgen und am Abend Der Friede und die Freude Gottes sind mein. Heute nehme ich den Frieden und die Freude Gottes an und tausche froh sie gegen jeglichen Ersatz ein, den ich mir für Glück und Frieden machte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Lass meine eigene schwache Stimme still sein und lass mich die mächtige Stimme für die Wahrheit hören, die mir versichert, dass ich Gottes vollkommener Sohn bin. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören und auf die Wahrheit hören und auf die Wahrheit hören. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören und auf die Wahrheit hören und auf die Wahrheit hören. Zur vollen Stunde Der Friede und die Freude Gottes sind mein. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Untertitelung des ZDF, 2020